So, jetzt kommen wir zur vierten Runde, würde ich einfach mal sagen, glaube ich, oder fünfte, keine Ahnung. Ich werde mir die Kisten da oben holen, denn die wird sich, glaube ich, oh mein Gott, ein Steinschwert, oh mein Gott, 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 episches Loot. Gut, jetzt werde ich mich hier erstmal vom Acker machen, die retten Steinschwert, episch, das beschreibt es, ja. Fällt mich einer, nein, da werde ich mich kurz ausrüsten und weg hier. Ich dachte schon, ich würde sofort eingriffen, diese Kiste, da konnte ich mir jetzt leider nicht holen, aber die war wahrscheinlich sowieso sofort, sowiesofut, wahrscheinlich sowieso. So, schon geplündert. Vier Ingriffsschaden, fünf eingeschrieben, vier Ingriffsschaden, okay. Steinschwert ist momentan noch das Beste, was ich habe, das ist, glaube ich, aber auch ganz gut, ist mir jetzt besser als nichts. So, gehen wir mal dieses wunderschöne Haus hier. Ja, ja, tschön, 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 hier ist wahrscheinlich auch noch keiner drin, da die Tür noch geschlossen sind. Das ist immer ein sehr, sehr geiles Auszeichen. Weil die meisten Leute sind immer so unhöchlich und machen die Tür nicht zu, sondern im Gegensatz zu mir, ne, hier sieht man ja. Guck, ich mache mal schön die Tür zu, damit hier auch keine Monster reinkommen. Ja, 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 ja. Ja, ja, und wofür hat sich das gelohnt? Keine Kiste, dafür lasse ich die Tür jetzt auch auf. Scheiß Ding. Ich bin so heiß kalt und habe die Tür aufgelassen, ne? Alter, ich schwöre. Guck, hier, das ist schön. Oh, ja, nehmen wir ihn aus Holz. Goal. Goal. Voll geil, macht so jemand. Dann war einer. Ich hoffe einfach mal, dass das ein Sackgasse ist. Was ich eigentlich nicht denke, weil wenn das ein Sackgasse wäre, dann könnte ich mir den snaggen. Nee, okay. Das wäre auch sehr... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Irgendwo da vorne. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nee, nee, nee. Sorry, Bitch. Nichts mit Frieden hier. Alter, hochgelaufen. Haben wir da einen Kompass gehabt? Nee. So. So, hier ist die gerade die perfekte Stelle zum Essen. Scheiße! Egal! Egal! Perfekt! Aber leider kein Kompass! Der wollte einfach mit uns Frieden machen, aber so geht das hier nicht, mein Junge! Hier gibt's Krieg! Wie früher, als noch damals, ja, haben die Kinder noch mit Waffen sich gegenseitig rausgeschossen! Und heute machen die das alle am Computer! Ja! Sowieso, ne? Voll verweicht' ich nicht heut zu Tage, es geht auch gar nicht mehr! Ohi, ohi, oi, oi, oi! Ohi, oi, 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 oi! Wieso nehm ich mir eigentlich alles? ich dachte wir kommen vielleicht jetzt ein zweites level, dann könnten wir uns nicht vor, da vorne steht nur eine kiste und geilen Kompass, mehr wollte ich gar nicht. Goldbeine, haben wir, brauchen wir nicht. So und wo ist der nächste Gegner? Sehr sehr weit entfernt. Hier ist noch eine Kiste und ein Kettenhemd. Hier scheint noch alles in ungelootet zu sein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich habe es genau gehört. Der Sturm kam auf mich zu. Warte, in welche Richtung? Ja, ich laufe richtig. Wie viele Pfeile habe ich? Einen. Kann weg. Berrikade ist vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Wenn man was essen will, kann man sich vielleicht im Haushalt sperren. So, das reizen habe ich mal mit. Dann können wir lecker Brot backen. 117. Ob ich wohl Treff? Okay, ich gehe das Musik nicht ein. Weil das könnte hier mal eine gute Runde für mich werden. Okay, 170, 180. Ich laufe anscheinend von ihm weg. 184, 180, 173, 165. So, jetzt laufe ich auf ihn zu, kann aber nicht. Scheiß Chinesen. Ja, die haben dieses Feld gebaut. Das war eindeutig ein Reißfeld. Und, okay, dann müsst ihr bald auftauchen. Wenn ich jetzt richtig laufe. Nein, laufe ich nicht. Wollt ihr mich verarschen? Ich laufe nach da. Ich laufe einfach nach da. Ich laufe nach da. Und ich kann nicht mehr rein. Ich habe aber noch Brot und das ist genial. Irgendwo ist der. Irgendwo da drüben ist der und versteckt sich dieses kleine Wehner. Da ist er. Wie? Wo ist der hin? Der ist nicht ernsthaft gequittet. Ich hasse diesen Wichser. Ne, der ist einfach gequittet. Boah, ganz ehrlich, ne? Ganz ehrlich. Und jetzt auch noch schon, dass der ist ein Mensch und ich habe kaum Sachen. Ich finde nie Leute, bei mir ist es immer so, ich laufe rum, so Leute, finde ich aber nie welche. Die Leute sind noch da. Nick, Josh, Berries und Acherec. Und ich bin das, glaube ich, mit das erste Mal von mir im Finale. Vielleicht sollte ich jetzt nicht mehr so rumrennen, damit ich noch mein Essen behalte. Was geht hier jetzt los? Ein schöner Affelbäum. Hebel und Böhrn. Alles klar. Ich bin da. Mein K. Alter, die Bäume sind echt so episch, ne? Ich muss so lange gedauert haben, da haben wir es schon im Editor gebaut. Und da sind wir. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich darf mich hier erstmal ein bisschen zurückhalten. Ich werde so nachher so einen Sneaky-Angriff machen. Bevor er sich raggen kann. Okay, epischer Fail. Alter, wie scheiße bin ich eigentlich, ne? Yo! Episch! Gewonnen! Gewonnen! Aha! GG! Aha! Aha! Wieso schreibt keine GG? Fickt euch doch alle! Ich hab's erstmal in meinem Leben gewonnen! Aha! Aha! I like it! Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! So, hallo jetzt wir uns zur zweiten Folge. Survival Games. Ähm, so. Es geht jetzt auch schon gleich los. Ich werde mir die rechte Tür holen. Einfach aus diesem Grund, da ich scheiße bin und alles einfach verliere. Ja, das ist der Gott. So, jetzt werden wir einfach mal den... nicht diesen 0815 Weg gehen, sondern... den... ich gehe ins Haus rein und hole mir eine Kiste und gewinne das Ding für Weg. Da! Bam! Jetzt habt ihr schon überhaupt keine Chance mehr. Ihr habt keine Chance mehr, da ich eine Kiste hab. Wo sind die Leute? Ich will töten. Wieso wurde ich gerade zweit gesetzt? So, jetzt haben wir die Rüstung. Perfektor. So, ansonsten, doch, da ist noch eine Kiste. Ja, fast übersehen. Geil, dann haben wir jetzt auch einen Kompass. Können wir gucken. Da drüben. Ah, lol. Ich werde mir den da drüben snaggen. Aus diesem Grund, und dass da andere 50 viele sind im Kampf, mischt man sich nicht ein, Leute. Land ist wie die USA. Okay, die USA hat's nicht gelernt. Land ist wie Australien. Land ist wie Australia. Loil, ich muss noch kommentieren, ich hab grad zwei weggesnackt. Und scheiße, meine Ex ist fast kaputt. Ja, jetzt hab ich nicht gerechnet, ne? Und. Und. Kommt auch noch einer weg. Und. Epischer. F*** diese Scheiße, ey. Das war so episch. Wieso hab ich grad in die Hände geklatscht? Ja, wir gehen jetzt gleich hier in die zweite Runde. So, weil wir gehen. Ist da. Und. Lol. Lol. Guck mal. Wuuu. Book. Le Book. Survival Games. Ich seh das jetzt hier alles live. Und wir machen gleich kurz nen Cut. So, da sind wir auch schon im Spiel. Nachdem ich eben grad abgelost hab. Aber ich hatte, lad das trotzdem hoch, da ich einfach viel getötet hab. Und da ist geil. Anscheinend geht da oben keiner an die Kiste, weil die so alle YOLO denken. Da oben sowieso nichts, weil da alle rangehen. Aber no, 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 no. So, hier keine Kiste. Da keine Kiste. Da eine Kiste. Durcheingriff? Nein. So. Wir werden hier auch mal den R gleich versuchen, den ersten Gegner zu snaggen. zu snaggen. Oh, ich hab grad einen zweiten gesheetet. Anscheinend da hinten ist einer. Und gesnaggt. So. Und das war's. Das doofe ist nur, dass diese scheiß Axt wieder neu generiert ist. Leute. Ich wollt grad sagen, dass diese Halbwerke sehr klein ist. Und dadurch, Alter, ich räum mich grad ab, ne? Wie Meister Jesus einmal sagte, Dienstage sind doch manchmal Donnerstag im Büch. Heute ist Montag. Alter. Ich find diese Bäume immer noch so episch. So epic. Madag export. Hab so das Gefühl. Ich hab's im Uhri nach dieser Runde , geregelt. Aber es versuchen wir erstmal hier uns noch ein bisschen mehr auszurüsten. Denn so gut steht's ja mit auch noch nicht. Wir nehmen nur einfach nochmal diese Axt mit. Und das war der schön. Lol, 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 lol. Und das war scheisse knapp. War das knapp. War das knapp. War das scheisse knapp. Alter, Herzinfarkt, Herzinfarkt, Herzinfarkt. Oh, Mann. Nein, keiner möchte mit dir ficken. Okay. Die sind weit entfernt. Eisenschwert. Eisenschwert, so. So, was brauche ich denn nicht? Ähm, ich brauche das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Das nicht, das nicht. Das nicht, das nicht. Das kann ich noch gebrauchen, das brauche ich nicht. Freu nicht, freu nicht, freu nicht, freu nicht. Kann ich noch gebrauchen, kann ich hier noch gebrauchen. Freu nicht. Boot. Scheiß drauf, Angel kommt da hin, Feder. Freu nicht, so. Geil, Eisenschwert. So, ich hab so was essen. Und der nächste Gegner ist 154 Glocke weg. Das ist ja eine Ewigkeit. Äh, falsche Richtung. So, wir werden uns aber einfach mal auf den Weg machen und den suchen. Hier haben wir ein bisschen TNT. TNT. Da, 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 da. Gema hat dieses Video gesperrt. Ähm, 148, 146, 144, der wird da unten hoffentlich beim Boot sein. Bisschen Essen, immer gut, immer gut. Gar nicht, Steunachs, auch nicht schlecht. Wo ist der? Oh mein Gott, es kommt, es kommt Eis. Dann würde ich sagen, wir verpissen uns hier mal ganz schnell. Denn Eis ist nicht gut fürs Gemüt. Okay, das Sub-Di-Drop ist ein bisschen weit weg, denn dann kommen wir, glaube ich, nicht mehr. Dann werden wir einfach mal weiter durch die Straßen wandern. Egal, kann einfach in Richtung Sub-Di-Drop gehen und den, der das bekommen hat, einfach dann töten. Geiler Plan, oder? Geiler Plan. Ich weiß, ich weiß. Warum? Daumen hoch für diesen geilen Plan. Nobody knows. Ich wollte gerade sagen, keiner da. Und dann nobody knows. Boah, das kommt aus Dings hier. Kennt ihr Disney große Pause? Disney große Pause. Disney ist große Pause. Da singt, da singt dieser Fette das, ey. Nobody knows. Da, da, da. Da, da. Da, da ist MC Arthur. Versteht ihr nicht? Ach, ich dachte gerade, Werner. Da hat mich die Puppe aber getäuscht, du, ne? Boah, da kommt er her. 33 Blöcke. Wir stehen uns gleich mitten in der Phrase. Und da wird... Wo ist der? Ich bin einfach zu dumm. Wo ist der? Ficken! Ficken! Du musst ja da sein. Ja, da ist er. Okay, da ist er nicht. Hä, wo ist der Typ? Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. kann ich von der Bedeutung wo befindet sich der 0 sich in hier stimmt die zehn auf dem Baum und lacht nie aus hat das die gute idee doch einig wie soll ich hier das gerade tue mein leben riskiere ich habe das sind gute idee ist das definitiv eine schlechte idee das gute idee ja der smith soll meinetwegen noch nicht starten da ich noch wissen will wo sich dieser versteckt schlau mich kaum raus ein paar häuser reinkommen oh mein gott wo ist dieser little bestead da nach hier unten vielleicht hier lol schaut mal Alter, komm hier vor das geile System Mega episch, Danger Für mich ist es nicht zu Danger Jemanden will ich haben What? That works, bitch Komm, ich brauche nur noch einen zweiten Tier Ähm, muss ich irgendwas geiles Röne Eisenspitzhacke Eusenhockey, Stein, Hagebräu, alles nicht Zweiter Tier, ey Stau, muss ich noch essen, das hole ich mir noch schnell Oh, geil Ein Tier, holen wir uns hier mal eben als Essen Geil, viel gebraten, Steaks Das wünsche ich doch einer Das wünsche ich doch einer, ja Geil, mal fett in schwarze Eine Feder wird mir nichts Und jetzt suche ich den Ausweg Wie komme ich wieder raus? Hello Das ist dieser Subly Drop Ich würde da hinrennen, wenn ich hier wieder rauskommen würde Alter, wie komme ich hier wieder raus? Bin ich einfach nur gerade behindert oder komme ich hier einfach nicht mal raus? Ah, in jubben Runden ist das In jubben Runden Oh mein, fackig Lass mich verarschen Das war schlecht Ich muss hier irgendwie wieder rauskommen Starte schneller Oh nein, nein, das ist schon Man könnte es leider nicht mehr vollziehen Los, wie lange noch? Los, starte Scheiße, noch 20 Sekunden Das überlebe ich nie Niemals Alter Komm, 9 Sekunden, 8 Sekunden, 8 Sekunden Komm, komm, komm TP Fick diese Scheiße Okay Das war kacke Wir sehen uns beim nächsten Mal Haut rein Tschüss Tschüss